Das ist ein sehr implementierter Sport. Pugnate! Wer nicht ganz schüchtern ist, kann sie ein bisschen anfeuern. Wir haben Lieder gegen Gelb. Garte! Die Lieder eröffnet durch große Erfahrungen, durch einen Stich zum Bauch von Hützeler. Pugnate! 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 Lieder greifen an, öffnet dabei den Schild. Mevia sieht das und sticht ungebremst zum Bauch. Das ist, das Schwert ist übrigens aus Stahl. Pugnate! Der Schild bleibt am Körper. Das hat einmal lehgetan. Im alten Rom-Bass sogar üblich Technik-Gruppen, die man sich gewünscht hat. Und der Anschluss-Tripper. Wir kämpfen bis drei Treffer. Das ist angenehm an die Gladiatur, weil einfach eine Schläge mehr ein als drei Treffer. Wir würden auch bis Aufgabe kämpfen, wie es auch früher üblich war. Wenn Gewalt nicht hilft, er hilft mehr Gewalt. Das hat uns media gerade gezeigt. Vielen Dank.